Ich bin mal wieder da und ich spiele eine Runde Skywars. So, das Mikrofon schützt genau unter meiner Nase, ich hoffe, das merkt man nicht. Also genau, fast genau. Und ich schnaufe, oh, beim Reden ziemlich geredig. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich habe nicht gesessen. Ich habe nicht das beste Clip bekommen. Ich glaube, das hat man gehört. Das auch. Scheisse. Ich glaube, er nimmt ein wenig Abstand und er hat ein wenig Lüter. Ich habe nicht mehr. Ist auch besser. Äh. Nein, 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 nein. Ja, der hat... Ui. Es ist ein super Bluff für die erste Runde. Also direkt in die nächste. Einfach mal Kauverplanung. Das geht bestimmt nicht. Und... Ui, kuchen. Jetzt kommt man da rein zuvor. Aber... Ich glaube, der Enderpearl ist vor ihm gelandet. Wo ist er hin? Ah, er kommt da. Oh, 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 oh. Jetzt wir mal rein zuerst. Oh, Spillooten. Spillooten. Gibt es dieses Wort überhaupt? Das ist jetzt in Frage. Oh, Ui, ui, nein. Schmerz, scherz, scherz. Ah, komm ich auch noch! Oh, das war jetzt knapp. Lol! Ah stimmt, logisch ist das nicht. Jetzt habe ich gedacht, ich habe ja noch zwei K. Nein! Holz, Holz, Holz! Schnaufen! Holz, ich habe nichts mit dem Holz. Bitte Holz, danke. Jetzt gibt es noch mein typischer Glück Was mache ich am besten? Schuhe Ich habe so ein Brustblatt So, wo ist der nächste? Obwohl er hier nicht gesaubert ist Obwohl er hier nicht gesaubert ist Ich habe hier nicht gesaubert Ich habe einmal der Runde gespielt, wo der da drin ist gestanden nach dem Fuchsprengen Aber der hat dort platziert Ich habe den Dunkel Ich kann etwas Wasser anlegen Nein, 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 nein Und sein Name ist John Cena Oh, es ist schon weg Weiss, jetzt ist er noch da Ähm Easy Ich denke ich wäre ein KT Das kommt hoffentlich nicht rein Wäre aber noch so Ist klar gewesen Ich habe es schon gesehen Ich habe das nicht gesehen Das ist es nicht möglich Ich wusste es nicht Ich habe es nicht wissen Was ist das nicht? Ich habe nicht mehr den Grill bekommen, nice. Hey, ja doch! Ähm... Verdammt! Boah, jetzt habe ich aber schon geguckt. Äh... Jetzt sollte Renderperlenverschwendung sein. Da muss ich etwas noch brauchen. Höh! Ildo, wenn er mich jetzt aber ausschiesst. Ich hoffe, der Hit hat zählt. Ähm... Verdammt! Oh! Oh! Jetzt muss ich gucken! Oh, tschi tschi. 6 Minuten. Komm, ich bringe mich jetzt auch auf 10 Minuten. Ne, ich glaube, ich mache es auch mal auf den Schuhl. Ne, jetzt bin ich nicht mehr. Ja. Ich glaube, ich mache es auch mal auf den Schuhl. Heute vor allem, wenn er es jeden Tag verlassen wird. Nee! Was ist das für eine Behinderte-Scheiss-Aktion gewesen? Nein! Verdammt! Ich war noch ein Blockplatzierer, dann habe ich das gedrückt auf die Enderperle-Zwech. Richtig scheisse, jetzt muss ich noch mal zurück. Und wir greifen den an und ich habe nicht mal ein Quip. Oh, ich habe alles getrickst. Ähm, fuck. Fuck, fuck. Ja, GG. Wenn ich dann den Grill vom Angeln noch bekomme. So, also das mal. Campingnator. 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 Campingnator Mage. Genau. Campingnator. 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 und angeln. Oh wow, ich habe noch sehr gut gearbeitet. die 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 Oh, ich habe noch einen Kunknuss. 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 Nein! Boah! Ich habe lange nicht den Skywars gesehen. Also, ich habe noch einen Kunknuss. Oh! Sogar 10 Minuten. Gut. Ich frage nur noch. Hallo! Ja, man hört mich. Ja, man hört mich irgendwie nicht. Der Balken hier oben. Dort, was sagt, ob der Ton kommt oder nicht. Der hat sich nicht bewegt. Ich dachte, es kommt gar keine. Ich rufe gar nicht. Okay, ich rufe ich. Ich rufe ich nicht. Ich rufe ich nicht. Ich rufe ich nicht. das ist schon besser und da hinten das ist nicht gut das ist nur machbar das ist nur der oh, ab schon wah! Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Oh, voll die Ahnung. Und die Kompas. Ich weiß nicht, was ich hier ist. Ich weiß nicht. So wie es sich aussieht. Könnt ich dieses auch noch gewinnen. Ich stelle mir das, ich weiß nicht, ob es richtig bleibt. Wie das sieht. Kommunikationsmodell. So, wie es aussieht. Das ist gut. Ehm. Oh, okay, okay. Ja, okay, 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 okay. No, das ist das. Lava klar. Ja, ja, genau, 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 genau. Achloch, 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 achloch. Lame die, lame die. Wir gehen weg! Weg 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 weg. Ach Dweiligen. Weg 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 weg. Die Kluft nicht weg weg. Ich kann mich nicht über den Weg weg. Boah, da sitzt dann noch ein Tor. Oh ich bin nicht gestorben ich bin auch okay Ok, ist mir auch recht. Ich habe jetzt gerade gemeint. Wir müssen gehen. Nein, nein, so. Jetzt habe ich gerade gemeint. Ui. Da war klar, dass ich das Wasser platziere, aber nebendran. Ich habe jetzt noch ein bisschen gelöst. Ich habe gerade gemeint, dass ich das Video jetzt direkt durch. Wir sind jetzt bei 15 Minuten. Also Aufnahmezeit. Ich brauche hier auch nicht. Wegen Warhol. Ah, und falls irgendjemand noch lautet. Vielleicht kommt er noch mal ins Warhol. Zwischen Sommerferien. Nein, zwischen jetzt und Sommerferien. Ehhh. Wow. Fertig. Du bist da. Ehm. 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 Tschüss. Geht einmal. Ähm, Scheisse ist schon wieder wegrennen. Das war richtig schlecht anfangs. Ich habe voll vergeben. Nein, ich hatte die Angeln. Nein, ich habe voll trottelt. HÜH! AHAHAHAHA Okay, so kann man es natürlich auch machen. GG. Kabel WLAN. Okay. Also bis zum nächsten Video. Tschüss.